Immerhin, gute Stube! Kommen Sie, wir trinken erst mal was. Außer trinken kann man ja nicht mehr viel tun. Nehmen Sie doch bitte Platz. So, ist gut. Jawoll! Die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Wir dürfen uns setzen. Wir fühlen uns geehrt, Frau Lernbock. Frau... Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen. Das hat schon seine Richtigkeit. Schade, wir können jetzt gar nicht mehr nach draußen. Nur, wenn Sie den Helm totsterben wollen. Ritz! Jetzt reiß dich aber zusammen, ja? Zufel! Zusammenreißen! Deko! Zufel! 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 Darf ich Ihnen Frau Hitler vorstellen? So jung und schon so hoch dekoriert? Sie können stolz auf sich sein. Ich muss mich kurz entfernen. Ich bin das Trinken offensichtlich nicht mehr gewöhnt. Sie können ruhig die Toilette bei uns benutzen. Ich bin das Trinken. Ich bin das Richtigkeit. Ich bin das Trinken.